so hallöchen und herzlich willkommen zurück zu let's play don't start season two bei uns also auf unserem kanal hier also auf meinem kanal hier und in der letzten folge haben wir mal das spiel erst mal kennengelernt mussten uns zwischen einem charakter und der welt entscheiden ich habe jetzt hier den michael genommen das ist von einer mod dieser charakter wir hatten uns noch entschieden zwischen clementine und dieser wacky das war irgendwie so ein weiblicher fuchs da hätte eigentlich hier zu dem gepasst warum gibt es noch nicht zwei welche mann und frau es wäre cool gewesen die sagen können aus dem recht vor allem wenn die es dann hier lieb haben speichere oh ja das ding kann ich mich auch mal langsam kommen die erinnerungen an dem spiel zu allerdings diesen holz klotz nehmen damit hätte niemand gerechnet dass ich das sage wer dahin denn wie da ist ein frosch oh mein gott kann es mir ja wehtun ich habe vergessen dass frische ich habe schon frische damals ich habe keine ahnung bleibt weg von mir du viel okay wir töten niemanden ich habe mich jetzt nämlich in die kratzer an verloren auch mehr von dem zeug und auch ein bisschen mehr nach so ich glaube die axt wird dabei auch bald aufgeben hallo doch mal auf ihr viecher ich mache nichts macht du wieder in dein scheiß häuschen rein dann lass mich hier in ruhe ich tue euch doch nichts noch nicht aber das kommt noch hier ist welches in dem gras mal gras ist früh geklickt entschuldigung da musste ich wo einmal höchst hilten oh oh der hase haut ab das ist doch nimm roter pilz hey wir haben einen roten pilz eine rote rotpilzkappe hey wenn das nützlich ist ein bienen der hier ist größer oder sieht einfach so aus ne ja nehmen wir trotzdem den baum hier scheiße mhm kampf weizzeuge naja müssen wir gut bauen was naja sehr gut die konnte man ja mitnehmen da war ja was habe ich alles schon wieder vergessen was man alles so vergisst in dem spiel ich ja so die biene tut mir doch hoffentlich nichts oder mit ihren vier augen hoff ich ja auch bienen müssen schlafen ne ich werde nicht dauerhaft immer hier nene du tust mir nichts nene du bist eine liebe biene aha irgendwie ging das anders ich weiß nicht ob das was wird aber ich hoffe es einfach mal ich habe dir nicht deine blumen weg genommen biene was sahen du so aus was für eine biebe was ist das denn ein wohnloch ich will nicht wissen was das ist ich würde sagen ein wohnloch von der logik her ist es ein teleporter nur eine angst die nicht unbedingt noch ganz ist aber okay ist da etwa jemand in meiner falle getappt ein kokkel feuerstein feuerstein aber wir haben etwas zu nicht nur etwas ha ha umbringen aber das abend ist wollte ich nicht aber ich musste wir müssen ja auch überleben es ist ein fuchs wir dürfen das andere dürfen das nicht nur der fuchs hier werft das weil das so traurig guckt ist was in dem holz klotz man ich verließe mich da ständig ich weiß nicht was anderes aber das andere ist hat er denn wie jahres den ich mir auch gerade bei ihm Mensch, das ist doch mal absolut ruhig hier. Magdienmusik irgendwie, habe ich da schon mal gesagt. Na, Mann. Steine, fehlt uns einfach noch. Tralitralila, Tralitralatrolou. Tralitralala. Holzt los. Und das andere Zeug, was ich nicht einsammeln kann, weil ich das nicht anklick. Jetzt, endlich. Tut mir leid, Vogel. So ist es nützlich, es ist doof und zapfen. Ich will die ganze Zeit einsammeln. Ach hier. Pflanz, wir machen. Nein, warum nicht noch. Was? Hushel, baby, don't say... Warum singt der? Ich habe keine Ahnung. Warum sing ich? Ich habe keine Ahnung. weil ich hier das Feuer anheizen muss. Und etwas essen. Hm. Das war es nicht so abwürdigreich. Anheizen. kochen, was erhalte ich denn dann? Ist vielleicht besser, als wenn ich das einfach nicht so esse. ne? Könnte ich denken, würde ich meinen, könnte man sie nicht damals auch noch... Ja. Das ist doch. Ja, die bringen viel. Die bringen hier echt viel. Ne, wir haben mal eins auf. Die kann man auch essen. Aber ich glaube, das bringt jetzt nicht so mega viel. Ach da, Rotkappe. So, gibt es ja auch sowas mit Inventar. Wissenschaft. Was? Ich brauche das Ding erstmal. Ja. Warum nicht, ne? Krass, Schutz hier. Better than nothing. Oh, Kleidung. Ich kann mir einen Kranz machen. Das sieht cool. Das ist fresh. Wie geht das? Oh. Oh, ich dachte schon. Es ist wieder Tag. Hallo, Tag. Willkommen. Zum Tag. Ne Blumen. Ne Setzling. So, irgendwie. Gefällt mir diese Wignette. Spricht man das eigentlich so aus, Wignette? Diese schwarzen Rinder am Bildschirm. Vielleicht gedunkelt. Ich weiß gar nicht, wie man das spricht. Oh, die Mod macht sich bewirksamer. So, wie die eine Türo ist. So, ist von Seite zu Seite. Ich mag die Mod. Hm. Das sieht ein bisschen 3D mäßig aus. Oha, wo bin ich denn jetzt hier? Ach ja. Hier. Oh. Tut mir leid, Hasen. Ich möchte euch nicht... Ach nein, das sind ja Kaninchen. Ich möchte euch nicht stören. Noch nicht. Außer ich will euch essen. Dann vielleicht. Ja, vielleicht tappt jemand rein. Vielleicht ist irgendein Kaninchen so gescheuert und rindert durch. So was wie Schlaf gibt es ja nicht, ne? Glaub nicht. Tipp. Bergenstrauch. So. Was war das für ein Geräusch? Das kannte ich irgendwo her. Ist es. Wusch. So viel Zeug. So viel Zeug. So viel Zeug. Dein grüner Pilz. Den lasse ich mal lieber. Wir wissen ja, grüne Pilze. Näh. Nicht so toll. Ist nicht gut. Boah, ich wünschte, das geht irgendwie schneller. Nimm Gras. Nimm Bärenstrauch. Nimm Sätzchen. Nimm Feuerstein. Nimm Felm. Ach nein, nur Felm. Ich habe schon Nimm Felm gelesen. Okay. Dem Spiel traue ich es ja zu. So, nimm Holztlotz. Nimm Kiefernzapfen. So, meine Haare fallen mir liebend gerne hier ins Gesicht. Das ist der... Oh, nein, die Folge ist vorbei. Mann, ich brauche einen besseren Timer. Ich hasse diesen Timer, da ist man so laut. Also ich mag das Lied, aber... Ich hoffe, den kriegen wir noch Down-Ding-Bound. Danke. Das ist sehr freundlich. So was, den Inventar gibt es doch hoffentlich, ne? So, jetzt machen wir noch hier die Axt kaputt, weil ich mache das nicht, wenn ich irgendwas halbes hier im Inventar habe. So, nimm Gras. Wir nehmen doch hier diese drei Gräse. Und dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Michael, der Fuchs, möchte sich verabschieden von euch. Tschüssi. Er kann nicht winken, aber er versucht es wenigstens. Naja. Das wird schon mal. Gut. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hatte diese Folge gefallen. Und ansonsten sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschö mit Ö. Haut rein. Tschö mit Ö. 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 Tschö mit Ö.